Ja Was geht da, meine? Ja Was geht da, meine? Ich muss jetzt schon bedenken, ja Was geht da, meine? Was geht da, meine? Was geht da, meine? Was geht da, meine? Was geht, meine? Ja, sie ist gut Ja, sie ist kurz aufs Klo Flüssig, Mann Hey, er wollte mich nicht, er ist gerät Wie sieht das aus, sag mal, bei mir? Ey, hört mal zu jetzt, guck mal, ich sag euch jetzt mal eins. Ja, sag's mal. Derjenige, der mich nachäfft. Ist egal ob man oder Frau. Kannst du standen? Ich bin eigentlich schon im Pokéball, Alter, in der Fresse. Du bist gefangen im Pokéball, ja. Du bist sowieso. Ich hab, meine Hand liegt dort. Deine Hand? Deine Hand? Ja. Ja, nochmal bitte. Wenn's leckt, ihr seht ja, das leckt ein bisschen, weil ich bin am Laptop. Wenn ihr das lecken gerade seht, meine Zuschauer, dann feckt eure Mütter an. Ja, es leckt bei mir. Ah, äh, Cenk, guck mal bitte, wo der Stromkasten ist. Ey, das... Garage oder was? Oh, naja. Okay. Das leckt bei mir. Laptop bei ihr leckt, alles klar. Corona-Test gehört mir. Warte, Spiel verlassen und dann nachjoinen, oder? Nein, 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 nachts schon, geht nicht. Corona! Stromkasten ist an, du kannst gucken. Hey! Bei mir leckt es! Ja, ist nicht nur aufzulecken. Der Blick vom Sattelf einfach. Göttlich. Hey! Du Dreckiger Bastard. Du Dreckiger Bastard. Du Dreckiger Bastard. Die Tür auf! Wo ist die Tür aufgegangen? Hier. Alles klar. Bevor du schreist, mach die Tür auf. Ich hab den Geist gefunden, der ist hier. Leidig ist gleich was. Ja. Spass. Warte mal, hier ist 5 Grad. Warte mal, hier ist 5 Grad nur ich nur. Warte, habt ihr auch das schwer gemacht? Ey, Profi. Ich dachte bei Minusgrad, ich verstehe das trotzdem nicht dazu. Ne, ähm, du musst gucken, als... Nicht jeder Geist hat Minusgrad. Ey, ah! Kann auch sein, dass du dann so 3, 4, 5, 6 Grad hast, sowas. Hier haben wir zum Beispiel nur 8 Grad, 10 Grad. Ich glaub, der ist hier irgendwo. Der ist hier irgendwo, ne? Ja, ne, ich glaub hier drin ist, ja. Ja, ne? Ne. Ne, 8. 8. Ich hör Dumme auch nicht. 8. Mal gucken in dem Zimmer hier. Ey Dumme! Wo ist der? Der ist aufs Klo gegangen. Ich hör Dumme nicht. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich sehe die Jugs machen. Der muss irgendwo dabei sein. Warte, Köpek. Köpek, Marvin ist auch da. Marvin! Hallo. Was geht ab, du Köpek, Alter? Nicht so geil, ich hab grad so Prüfungs-Ding-Termine bekommen. Und? Soll ich dir mal vorlesen? Nein, nein, lass. Pass schon. Warte, ich sag nur, ich sag, warte, lass mich vorlesen, okay? Okay! 17. 17. Wirtschaftsinformatik. 20. 1. Projektmanagement. 23. 1. Analysis. 24. 1. Datenbanken. 26. 1. Programmieren. 27. 1. BWL. 30. 1. 2. 1. Ich hab den Geist gefunden! Warte, ne! Ne, ne, sach! Wie alt bist du? Wie alt bist du, wie alt bist du? Cenk! Hier, hier! Egal, ich bring's selber online damit. Cenk hier, hier, hier! Hör dich nicht! Hallo? Vorne im Eingang links in den Raum rein. Der ist hier zwischen Tür und Angel. Laberst du nicht wie gerade? Ja. Zwei. Hä, ich war doch hier! Ah doch! Und der zwischen Tür und Pokeball. Helplest du? Wie heißt du? Hallo? Hallo? Hörst du mich? Wer bist du? Wer bist du? Wo bist du? Hallo? Wer bist du? Was machst du? Hallo? Machst du sie direkt? Er macht es schon voll mit Gesang. Hallo? Wer bist du? Was machst du? Hallo? Hörst du mich? Nein, nein. Hallo? Chack, 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 chack! Mach mal Lichter aus, Cenk. Ich will gucken, ob ich stotze oder sowas sehe. Ja, ich muss Lichter ausmachen. Hörst du mich? Und die Tür auf. Hallo? Ach so? Mach auf die Tür. Oh, die Kamera steht total beschissen, ey. Irgendwo ist eine Tür gegangen. Guck mal. Der hat eine Tür berührt. Ah, Dotz! Also, Jot, Beweise, Dotz. Dotz? Ich hab ihn... Ja, der ist durchgerannt. Ich hab ihn gesehen. Dotzprojektor, ja? Ja. Hallo? Passt auf, der Geist kommt! Der Geist kommt! Also, wir haben auf jeden Fall den richtigen... What? Dreckiger Huch! Du bist auf Theater, du Bastard! Sag dem Arsch mal! Oh, der hat geredet! Der hat Old gesagt! Old, ne? Ja, ja. Das war aber tiefe Stimme! Ja, ja, ist egal! Alles... Oh mein Gott! Event, das war Event! Dreckiger Huch! So fick deine Mutter an! Jotzen! Der Geist kommt! Also, Jot und, ähm, Geist auf! Wie alt bist du? Au, wir müssen aufpassen! Wir müssen jetzt aufpassen! Das kann doch ein Gespenst sein, gell? Das ist scheiße! Der redet nicht so oft! Soll ich das ankreuzen? Nee, du kannst die Box jetzt... Der hat der Old, hat der gesagt! Ich hab's doch gehört! Ab und zu, ja, probier's nochmal! Geh nochmal rein! Und frag ihn einfach, wie alt bist du, wie alt bist du, wie alt bist du! Vielleicht antwortet der nochmal! Warte, der wird die Safe dann alleine angreifen! Shisha ist da, so! Mein Shisha geht alles! Schau mal! Der Geist war da! Ja, gell? Wir haben nämlich dort, das hast du auch gesehen! Kann einer von euch Bildschübertragung anmachen? Hallo! Ich kann's leider nicht machen, wenn mein Laptop schon abkommt! Hallo! Da! Aber, äh, Zedif kann vielleicht! Wo bist du? Naja, jetzt! Ich hab Angst! Warte! Geh rein! An die grüne Flagge! Aber dann, wo soll ich mich dann hier verstecken? Warte! Ich schreib hier! Ich mach hier! Hallo! 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 Wie alt bist du, Junge? Ja! Deine Mutter! Ja! Ja! Was willst du? Hallo! Ich schick dir die Maße! Hast du mit mir reden? Ja! Ich weiß, wo das ist! Warte! Komm! Jetzt bist du! So, wieder da! Jetzt bist du da, Friedman! Jetzt bist du da, Friedman! Hallo! Okay! Das ist doch schon mal was! Aber doch! Ja! Auf jeden Fall ist das der Raum! Wo ist der Raum genau? Zwischentür und Angel, ersten Zimmer! Okay! Hallo! Ich guck jetzt mal nach Fingerabdrücke! Stopp! Wo hat denn die Tür hingefasst? Die hinten! Wo, 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 wo? Hier, oder? Nee! Wo war denn das? Das war woanders! Hallo! Wo war denn das? 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 Die hinten auch nicht! Oh! Oh! Ich hab euch schon gar nicht mehr Leute! Der Geist kommt! Der Geist kommt! Der Geist kommt! Schwierig! Stell dir vor! Da kommt so... Da kommt so verrückter Mexikaner mit so ner Ding! Oh! Und kann so... Oh! 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 Du hattest ja mal raus. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen leiser sein, weil ich hier gar nichts mehr... Nein, keine Hand. Du kannst rauskommen. Hä? Hä? Ja, wo ist denn das? Wo fährst du die Tür an? Ich will nämlich verarschen. Hä? Ah, was ist los? Ich glaube, irgendjemand hat es erwischt. Oh mein Gott, ja. Jasen. Jasen. Hat Jasen einen Arsch gef... Jasen ist gestorben, sie fix. Kann ich raus oder wo? Ich will doch sterben oder was? Ey, warte mal, wir müssen noch mal Box probieren. Ich bin mir echt nicht so sicher. Ich würde erst mal die Säte interessieren, wenn der hier hand wird, ey. Sagen wir... Mama! Ey, warte. Guck jetzt. Ein Geist kommt bald vorbei. Ja, stabile Sanity bei dir, würde ich sagen. Alter. Schau gerade. Setter für sie. Ich hab ja gar keine Sanity mehr. Ja, Mann. Freut mich, ne? Ja. Mein Mikrofon ging leider nicht mehr. Ähm, warte mal, was haben wir denn überhaupt noch zur Auswahl gespenst? Ja, Salztest. Bräuchten wir EMF, aber da könnten wir Salztest machen. Ew. Phantom wäre jetzt nicht so sexy. Was ich aber eigentlich denke, weil... Starker Einfluss auf Sanity, ne? Ja, könnte. Wir könnten das aber mit dem Foto mal testen. Ich seh nix an meiner Rolle. Ja, da müsste er mal spawnen. Ähm, Yo-Kai. Yo-Kai. Hier bräuchten wir Geister. Orb. Das fällt flach. Äh, Sedef, hast du hier irgendwo einen weißen Punkt fliegen sehen? Check! Gar nicht. Er liegt hier. Der arme Woller. Also ich denk, Yo-Kai ist draußen, ich seh kein Ort. Woll! 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 Ja, das ist Warbox. Warbox, ne? Wie viele Geister gibt es da? Zu viele. 24. Und wieso sind die alle in einem Haus? Nein, das ist einer, aber er ist halt irgendwas, muss halt herausfinden, was da ist Ach so, hier, ja man Warte mal kurz, der fässt diese Tür an E-M-F spinnt die ganze Zeit, warum? Ja, wieso? Das ist schon die Tür, nur E-M-F funktioniert irgendwie nicht Ah, jetzt? Ah, ist in Salz gelaufen? Gibt's auch andere Maps oder so? Ja, klar, voll viele Hey, der Hunted, glaube ich, gleich Ja, warte mal kurz Warte mal Dummy, was machst du? Die Tür bedeckt alles Ja, chill doch mal kurz ZF, du kannst, ähm, umändern, die, ähm, Kamera, ich hab noch eine rein Kann man sich jetzt mal bewegen? Ah, okay Es hat mich voll am Paranormal-Activity, kennt ihr das? Paranormal Wie ein Phantom, ja, das hab ich mir schon gedacht, wegen der Sanity, ne? Bruder, muss los Ja, Phantom ist echt, überhaupt Ja, bringt das was, wenn ich das ankreuze, wenn ich tot bin? Ja, klar, du kriegst ein bisschen was Wie süß, also bringt das mir was, wenn ich tot bin? Also, jetzt lass mir noch ein bisschen Geld machen Warte mal, Phantom, lass mich kurz lesen Arme Dudels Ein Phantom anzuschauen und eine starke Eindrücke Gibt es mir was, wenn ich schon tot bin? Das ist eine kurze Zeit Na, klar, ey Also, eigentlich könnten wir den fotografieren, dann könnten wir uns auch verstecken, ne? Du brauchst, du brauchst die Kamera nicht benutzen, wir wissen schon, was es ist Ja, schon, aber ich möchte ihn fotografieren Für Aufgabe Ich suche immer noch das Haunted Item, wo ist der Quatsch? Ich mach mal das Up-System Die Puppe, willst du das skinnen? Ja, klar Okay Du meinst, Max Gittison Bist du ready? Ich pin Nein, stopp! Nee, alles gut, ich frag dich Mach die Musik, mach die Musik Bist du ready? Ja Was ist die Puppe denn? Was bringt die? Warte, warte, warte Warte, ich muss dich konzentrieren, gleich check Herz Was bringt die Puppe? Was bringt die Puppe? Hallo Es war kein Geistfoto, es war Interaktion Hä? Es war Interaktion, es war nicht mal Geistfoto Hä, wenn Yassin tot ist, kann er nicht wiederbelebt werden Nein, nein Doch, aber da brauchst du Da brauchst du ähm Ach so, ja diese Karten Es gibt so Haunted Items Und da sind so Karten dabei Und da gibt's 2% Karten Die eine instant killt dich, die andere kann ein teammate wiederbeleben Wow Und was bringt diese Puppe? Damit triggerst du den? Die Puppe, damit Die normalen Pins geben ihm Also da macht er Aktivitäten Und beim Herz pin huntet er Was heißt dann? Jagen Ja, der jagt dann Ja Ja, eigentlich könnte man fahren, ne? Dass du deine Items nicht verlierst Aber beim Handeln ist er dann so aggressiv oder was? Ey, ohne mich, ohne mich fahren Ey, was ist mit uns? Hallo? Ja, tschuld mein Junge Lass mich mal rein Wir stehen hier vor dem Lkw, ey Lass mich mal rein Kann ein Geist eigentlich in den Lkw reinkommen? Nee Nein Schade Ja, lustig wärs Aha Hast du gesehen? Marvin? Ja Alter Der rennt da durch die Gegend, als ob nix mehr Eigentlich muss ich